Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, draußen ist noch dunkel, es ist 6 Uhr morgens oder so und heute geht's los zum Corby. Wir sind übers Wochenende beim Corby. Heute ist Freitag und wir fahren direkt im Bikepark Oberammergau und treffen uns dort mit dem Corby und dann geht's dort auf die Trails. Ich hol jetzt den Nico und den Niklas ab. Wir laden die Bikes auf, laden den Rest ins Auto ein und dann geht's los nach Oberammergau. Ich hab mega Bock auf das Wochenende, 3 Tage Fahrrad fahren. Wir gehen wahrscheinlich 2 Tage im Bikepark Oberammergau und einen auf die Hometrails vom Corby. Und genau, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ich würde sagen, let's go und ab in die Berge. Bis zum nächsten Mal. So, Floatrail-Oberer-Teil. Eww, Corby is sending it. Oh, fuck. 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 Genau, schön hier oben entlang fahren. Guck mal. Alles gut, weiter fahren. Was tust du? Was tue ich? Okay, das hat kurz angehalten mit dem vorne. Oh, das ist so schlimm. Oh, das ist so schlimm. Oh, das ist so schlimm. Flatbomb Servus, alles gut bei euch? Sehr gut! Gut, gut, gut. ah danke so hat er sich gelegt? halt langsam 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 alt was tust du? geflogen was tust du? geflogen was tust du? geflogen 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 nicht hinfallen Alter, no way Ich sterbe Alter Junge Du bist so behindert Okay, alles gut Cool Achtung Danke 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 Alles gut Fuck Alles gut Danke 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017